Hallo Community, es ist Zeit für eine kreative Pause, weil ich natürlich Nachschub finden muss. Wo fliege ich denn mal hin? Das werdet ihr spätestens im Juli sehen. Koffer backen, ab zum Flughafen und dann lasst euch überraschen, was als nächstes kommt. Euch auch eine schöne Zeit, Neuigkeiten gibt's im Juli.